Teil 19 Im Carloid, Sonntag, 13 Uhr Charles kontrollierte jeden Teller, bevor der Ober ihn zu den Gästen brachte. Während der Sonntagsschicht durfte nichts schief gehen. Das Restaurant war meist schon Wochen vorher ausgebucht. Heute war die Innenministerin mit Familie zu Gast. Es machte ihm ungeheuren Spaß, solch prominente Gäste zu bekochen. Er, der Chefkoch des Restaurants, wusste, dass sie keine Freundin der ausgefallenen Küche war. Eine der Spezialitäten des Tages war aus diesem Grund Lammfilet auf zarten Böhnchen mit Rosmarinkartoffeln und einer Variation grüner Blattsalate. Ein Gericht ganz nach ihrem Geschmack. Er warf einen Blick in den Spiegel und schob ein paar verirrte Haarsträhnen unter die Kochmütze. Wie er aussah, Augenringe, seine Haut ganz grau. Er hatte nach all dem Bier schlecht geschlafen und sein Kopf brummte immer noch. Trotzdem, es war Zeit, die Gästerunde zu drehen. Im Carloid war es Sitte, dass der Maître de Cuisine sich persönlich bei den Gästen erkundigte, ob das Mahl gemundet hatte. »Charles, es war wieder einmal köstlich.« »Einfach köstlich«, schwärmte die satte Ministerin. »Ich habe eine Bitte an Sie und hoffe, Sie werden sie mir nicht ausschlagen.« »Wie könnte ich Ihnen eine Bitte ausschlagen?« antwortete Charles höflich lächelnd. »Könnten Sie bei uns zu Hause ein kleines Dinner ausrichten. Am kommenden Dienstag erwarten wir ungeplant hochrangigen Besuch.« »Mein französischer Kollege. Ich würde ihn gerne mit ausgezeichneter britischer Küche bewirten. Ich weiß, es ist sehr kurzfristig, aber es gibt insgesamt nur sieben Gäste. Wir haben Ihren Chef schon gefragt und er ist einverstanden. Mein Mann würde morgen Vormittag das Menü mit Ihnen besprechen.« Sie schaute ihn erwartungsvoll an. Was blieb ihm anderes übrig, er musste zusagen. »Aber selbstverständlich werde ich dieses Dinner für Sie ausrichten,« versicherte Charles mit einem professionellen Lächeln. »Sir, um welche Uhrzeit soll ich morgen bei Ihnen vorbeikommen?« »Charles, wäre zehn Uhr in Ordnung,« fragte der Mann der Innenministerin. »Das passt hervorragend. Ich wünsche Ihnen noch einen geruhsamen Sonntagnachmittag.« Charles konnte es nicht ausstehen, wenn sein Chef, ohne ihn vorher zu fragen, außerordentliche Termine zusagte. Andererseits war es bestimmt interessant, in der Küche eines Regierungsmitglieds zu welkeln. Das Hummertelefon Sonntag, 13.10 Uhr Carlo hatte den Vormittag im Fitnessstudio verbracht. Er zog sich um und bestellte beim Room Service ein leichtes Mittagessen. Von seinem Zimmer aus hatte er eine gute Aussicht auf die Temse. Genüsslich verspeiste er seinen Salat und beobachtete die Touristenströme, die über die Tower Bridge flossen. Relaxed stellte er den leeren Teller zur Seite und nahm einen kräftigen Schluck Mineralwasser. In einer Stunde war er mit Britta verabredet. Die Zeit wollte er nutzen, um zu arbeiten. Er wusch sich die Hände, holte seine Mappe aus der Aktentasche und fuhr den Laptop hoch. Was für andere Menschen tödlich langweilig war, las sich für Carlo wie ein spannender Roman. Nach wenigen Minuten war er völlig in seine Arbeit vertieft. Die Ziffernfolge einer IP-Adresse schien ihm abwegig. Er verglich sie mit den Ausdrucken und kam aus dem Tritt. Eine Seite fehlte. Schnell durchforstete er die Mappe. Aber das Blatt tauchte nicht auf. Carlo war bei seiner Arbeit äußerst, für manche Kollegen fast schon unangenehm, penibel. Ihm war klar, dass er die Seite in seiner Arbeitsmappe in korrekter, numerischer Reihenfolge eingeordnet hatte. Da gab es keinen Zweifel. Die logische Konsequenz war, dass sich jemand ungebeten an seiner Mappe zu schaffen gemacht hatte. Carlo packte seine Akten zusammen, fuhr den Laptop herunter und durchsuchte sein Zimmer. Er schaute unters Bett, kontrollierte Schrank und Schreibtisch. Als er den schweren Vorhang am Fenster zur Seite schob, lugte ein Stück Papier hervor. Er bückte sich und hatte seine verloren geglaubte Seite 7 wieder. Carlo konnte sich nicht erklären, wie sie dorthin gelangt war. Verblüfft ging er die Zahlenkolonnen durch und konnte nichts Auffälliges entdecken. Er runzelte konsterniert die Stirn und entschloss sich, seine Unterlagen in Zukunft im Zimmer-Safe zu deponieren. Sicher ist sicher. Außerdem würde er ab jetzt extrem auf der Hut sein. Wer in aller Welt interessierte sich für die Akten? Eine halbe Stunde später betraten Britta und Carlo die Tate Modern durch den Haupteingang und kamen direkt in die riesige Turbinenhalle. Sie bot Platz für gigantische Objekte. Höhe, Breite und Tiefe waren für Künstler, die hier ausstellen durften, kein Hindernis. Im Moment stand die Halle allerdings leer. Wow! Britta drehte sich um die eigene Achse und startete zur weit entfernten Decke hoch. So klein bin ich mir nicht mal in St. Paul vorgekommen. Krasser Kontrast zur Tate Britain, oder? Ich meine architektonisch. Ich habe noch nie so einen großen Ausstellungsraum gesehen. Schade, dass hier keine Skulptur steht. Kommst du mit zur Ausstellung oder willst du dir in Ruhe die Halle und das Gebäude anschauen? fragte Carlo. Ich komm mit! Sie nahmen den Aufzug in den dritten Stock. Die Sammlung der Tate Modern war nach Themen gesplittet. Die Surrealisten bildeten ein Grüppchen. Sie waren im rechten Gebäudeflügel untergebracht. Über dem Eingang hing ein einladendes Schild. Poesie und Traum. Der Blick der eintretenden Besucher fiel sofort auf Paul Klee's Walpurgisnacht. Das Bild war in fesselndem Blau gemalt. Britta blieb stehen. Mein Gott, wie düster! Bei uns in Schweden finden in der Walpurgisnacht Rauschen der Studentenpartys statt. Es wird ein riesiges Feuer angezündet und wir singen, trinken und lachen die ganze Nacht. Klee hat den Hexentreff auf dem Brocken verewigt. Teufelskult, dunkle Magie. Da ging es wahrscheinlich nicht ganz so lustig zu, wie bei einer Studentenfete in Schweden, meinte Carlo. Im nächsten Raum hingen großformatige Gemälde und Skulpturen. Alp, Magritte, Dali. Carlo betrachtete Yves Tongis wie Invisibles, die Unsichtbaren. Irgendwie unheimlich, oder? Was meinst du, sind die Blechfiguren die Unsichtbaren? Moment mal! Tongi wollte in diesem Werk die für uns nicht sichtbaren und doch anwesenden Außerirdischen abbilden. Das steht zumindest hier auf der Bildbeschreibung. Merci vielmals! Die beiden gingen weiter. Britta hakte sich bei Carlo unter und blickte ihn ernst an. Wenn ich mich nicht irre, folgt uns die ganze Zeit eine Frau. Sie ist eine alte Bekannte von mir, flüsterte sie. Warum sprichst du sie dann nicht an? fragte Carlo verdutzt. Sie weiß nicht, dass ich sie kenne. Britta blieb vor einem Bild von Magritte stehen. Vor ein paar Jahren habe ich für eine britische Softwarefirma gearbeitet. Wir hatten den Auftrag, ein Verkehrsüberwachungssystem für den Londoner Autobahnring zu entwickeln. Haben wir auch gemacht. Mithilfe unserer Videoauswertungssoftware kann man die Autonummern der Fahrzeuge, die nach London hineinfahren oder die Stadt verlassen, digital erfassen und registrieren. Mit anderen Worten, die totale Überwachung. Die Behörden waren nicht begeistert, dass eine Schwedin an dem Projekt federführend mitarbeitete. Ich wurde auf Herz und Nieren vom Verfassungsschutz überprüft. Ein paar Wochen lang wurde ich sogar von dieser Frau überwacht. Sie klebte an mir wie ein Schatten. Mein Chef hatte mich vor solchen Maßnahmen gewarnt, deshalb war ich gewappnet. Und warum ist sie jetzt nach so langer Zeit hinter dir her? Eventuell spioniert sie hinter mir her. Aber sie könnte genauso auf dich angesetzt sein. Niemand von uns ist darüber aufgeklärt worden, warum wir unsere Hardware nicht zurückbekommen. Das ist doch ungewöhnlich. Keiner weiß, was in Voxhall vorgefallen ist. Carlo wurde blass. Sie standen mittlerweile vor einer Skulptur von Salvador Dali, dem Hummer-Telefon. Carlo kam das Gespräch mit Britta absurd vor. Er starrte auf das Telefon mit dem Hörer in Hummer-Form. Was hat es sich Dali dabei gedacht? Oh Gott, jemand hat es seine Akten durchsucht und jetzt beschattete ihn eine Frau. In was wurde er da reingezogen? Er blickte sich um. Lauter Fremde. Er hörte Sprachfetzen in Italienisch, Spanisch, Japanisch. Carlo schloss die Augen und atmete durch. Ruhig. Ganz ruhig. Langsam ebbte die unerfreuliche Gefühlswoge ab. Sein logischer Verstand ratterte los und analysierte alle verlässlichen, ihm bekannten Fakten. Lass uns herausfinden, wen von uns sie im Visier hat, bat er. Okay. Das war Teil 19 von Scromax Sonnen. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de aus dem Video. Vielen Dank.